Mit was? Mit allem, was wir noch haben. Ist das klug? General Landry hat mir informiert, dass unsere Flottenverbände im Kampf gegen die Ohren gewohnt sind. Das heißt, die Waffen des Schlimmstpunktes in Antarktikern, gespeist von einem Pama-2-Generatoren, sind somit die einzige Verteidigung der Erde. Drum wäre es besser, sie aufzuhalten, solange sie nicht mehr in die Welt sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018